In diesem Video erkläre ich dir das Thema Verkettung von Funktionen. Wir starten mal mit einer Funktion f von x gleich x² und einer zweiten Funktion g von x gleich Sinus von x. Und bevor wir zur Verkettung kommen, gehen wir kurz nochmal die Grundrechenarten plus minus mal geteilt durch und schauen, was wir damit mit diesen beiden Funktionen machen können. Wir können zum Beispiel f plus g von x schreiben. Und wie würde da der Funktionsterm aussehen? Ja, wir bilden einfach die Summe, also x² plus Sinus von x. Das wäre eine neue Funktion, so kann man das aufschreiben und das wäre eben die Summe dieser beiden Funktionen. Genauso können wir es mit der Differenz machen, f minus g von x. Das wäre dann x² minus Sinus von x und das geht auch mit mal und geteilt. Also das Produkt hier, f mal g von x. Das wäre x² mal der Sinus von x und der Quotient können wir dann auch als Bruch schreiben. Das wäre x² durch Sinus von x. Du siehst also, mit diesen vier Grundrechenarten kannst du aus diesen beiden Funktionstermen neue Funktionsterme basteln. Aber was jetzt hier noch nicht dabei war, ich nenne das Ganze mal h von x, wäre zum Beispiel so etwas wie Sinus von und jetzt stecken wir quasi dieses x² in den Sinus hier rein. Das heißt, es wird zunächst x² berechnet und auf dieses Ergebnis wird dann der Sinus angewendet und das ist eine sogenannte Verkettung von Funktionen. Wir verketten hier diese beiden Funktionen und normalerweise benutzt man da häufig eine andere Schreibweise, also nicht f und g, sondern oft nimmt man u von x für die sogenannte äußere Funktion. Ich nenne sie mal die Wurzel von x und v von x, das ist die innere Funktion. Hier schreiben wir mal x minus 3. Wenn wir jetzt eine neue Funktion basteln als Verkettung dieser beiden Funktionen, wird das manchmal mit so einem Kringel geschrieben und man spricht dann u nach v. Wie ist das jetzt gemeint? Also wir bilden hier die Verkettung u nach v und da schreibt man dann auch manchmal u von v von x. Und hier wird es deutlicher, dass v wirklich hier die innere Funktion ist. Also die äußere Funktion u von x wäre hier Wurzel von x, die innere Funktion v von x, x minus 3. Wenn wir das also verketten, hätten wir die Wurzel von x minus 3. Wie gesagt, meistens nutzt man u für die äußere Funktion, aber es kann natürlich auch mal umgekehrt benannt sein. Meistens nutzt man v für die innere Funktion und ja, vielleicht, wie kann man es sich merken, vielleicht ist das das u und das v ist so ein bisschen spitzer, kommt hier innen rein, so als kleine Eselsbrücke. Wir schauen uns noch die Definitionsmengen an. Die Definitionsmenge von u, ja, was war nochmal die Definitionsmenge? Da sind alle Zahlen drin, die man hier für x einsetzen darf. Bei der Wurzel darfst du hier keine negativen Zahlen einsetzen, ansonsten geht alles. Die 0 ist auch okay, Wurzel von 0 können wir berechnen. Also sind das die reellen Zahlen, und zwar nur die positiven reellen Zahlen und die 0 ist auch noch dabei. Die Definitionsmenge von v, ja, hier darf man alles einsetzen, das sind also alle reellen Zahlen. Und die Definitionsmenge von f, also von dieser Verkettung hier, da muss man wieder ein bisschen aufpassen. Wenn das der Funktionsterm ist, bedeutet das ja auch, dass unter der Wurzel eine 0 oder positive Zahlen stehen dürfen, aber keine negativen Zahlen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine 2 einsetzt, dann steht ja 2 minus 3 gleich minus 1 unter der Wurzel, das wollen wir also nicht. Wir dürfen also die 3 einsetzen, ja, da käme 0 raus, 3 minus 3 oder irgendwas größer als 3. Also die 3 ist noch dabei bei dem Intervall hier, und dann geht es eben bis plus unendlich, und da gibt es jetzt zwei verschiedene Schreibweisen, entweder die runde Klammer, weil unendlich ist ja jetzt keine Zahl, die du hier direkt einsetzen kannst, oder man schreibt eine eckige Klammer, aber eben so rum. Damit ist auch gemeint, dass dieses unendlich eigentlich nicht dazugehört. So, jetzt habe ich vorhin gesagt, u und v, ja, nimmt man meistens als äußere und innere Funktion. Wir können es natürlich trotzdem andersrum auch verketten. also v nach u bedeutet v von u von x. Und wie würde das in dem Fall aussehen? Ja, jetzt ist v die äußere Funktion, und wir setzen diese Wurzel von x hier als innere Funktion für dieses x ein. Das bedeutet, wir schreiben dann eben Wurzel von x minus 3. Und hier siehst du auch schon was Interessantes. Es macht einen Unterschied, wie rum wir verketten. Also wenn man schreibt u nach v, dann ist das nicht, oder im Allgemeinen nicht das Gleiche wie v nach u. Es ist also nicht kommutativ, diese Verkettung von Funktionen. Was war das nochmal? Kommutativgesetz hatte man ganz am Anfang mal bei der Multiplikation. Also 3 mal 4 ist das Gleiche wie 4 mal 3. Ja, das ist kommutativ. Man darf die Faktoren vertauschen. Hier bei der Verkettung ist es im Allgemeinen nicht kommutativ. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns das Ganze noch ein bisschen grafisch an. Dann zeichne ich hier ein kleines Diagramm. Also eine x-Achse, eine y-Achse, eine 0, zwei Kästchen, eine Einheit. Und sagen wir mal, wir hätten hier einen Graph von u, der irgendwie so verläuft. Ja, das ist der Graph von u. Ich schreibe es so, g mit einem kleinen u. und sagen wir mal, wir hätten hier noch irgendwo einen Graph von v, der vielleicht irgendwie so verläuft. Also Graph von v. Und du sollst jetzt anhand dieser Abbildung den Wert u von v von 2 berechnen. Also den Funktionswert von u von v an der Stelle 2. Wir schauen zunächst mal die innere Funktion an. v von 2. Hier sind wir bei der 2. v von 2 ist 1. Also können wir statt v von 2 auch 1 schreiben. Wir müssen also nur u von 1 ablesen. Jetzt lesen wir natürlich ja bei u hier ab. Wir fangen hier bei der 1 an. Schauen nach oben. Und da sind wir bei der 3. u von 1 ist 3. Also ist u von v von 2 gleich 3. Bisschen komplizierter wird es noch beim Verhalten, beim Globalverhalten, also beim Verhalten für x gegen plus unendlich zum Beispiel. Was passiert da mit den Funktionswerten? Schauen wir wieder zunächst die innere Funktion an. Also für x gegen plus unendlich gilt v von x. Ja, soweit wir es hier sehen können, strebt das gegen minus unendlich. Und was passiert dann mit u von v von x? u von v von x. Ja, wir können uns überlegen, v von x strebt hier gegen minus unendlich. Das heißt, dieser Teil geht gegen minus unendlich, wenn wir positive x-Werte oder große x-Werte einsetzen. und damit müssen wir hier bei u, beim Graph von u, natürlich ins Negative schauen, was mit diesen Werten passiert. Ja, da strebt der Graph gegen plus unendlich. Das heißt, u von v von x geht gegen plus unendlich für x-Werte gegen plus unendlich. Schauen wir es noch umgekehrt an. Für x gegen minus unendlich gilt v von x. Der Graph geht gegen plus unendlich. Und wenn wir es verketten, u von v von x. Ja, wir wissen schon, v von x, also dieser Teil hier, geht gegen plus unendlich. Und dann schauen wir, was mit u, mit dem Graph von u passiert. Es strebt hier gegen minus unendlich. Also strebt hier die Verkettung gegen minus unendlich. So viel zur Verkettung von Funktionen.